Hier an der Waldschneise, wo vor ein, zwei Jahren Kahlschlag betrieben wurde, da trifft sich die Edelfalter-Elite zum freudigen Stelldichein, wie zum Beispiel Kardinäle, Kaisermäntel, dann Tagpfaunaugen, Admirele, diverse Kohlweißlinge, Ochsenaugen, unterschiedlichste Bläulinge, darunter habe ich auch den Feuerfalter entdeckt, ein feuchtfröhliches Fest zwischen kanadischen Goldruten, Wasserdorst und unterschiedlichsten Disteln. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020